Murat und Seine, Brüder. Murat hatte heute ein geheimes Treffen in Mannheim. Ey, ich mag dich voll, aber ich fühl mich mies unwohl in Mannheim, ja? Dann nen Halt in Wuppertal. Bruder, nicht bewegen. Wieso, Bruder? Hier sind gottlose Tauben am Spliffen, Bruder. Ha, ha, nein, Bruder, nicht. Dann erreichte er endlich den Essener Hauptbahnhof. Ja, ich weiß, ihr habt drauf gewartet. Und nein, Murat hat keine Lust auf Ulm. Wuppertal? Ja, Bruder. Bruder, warum öffnest du nicht die Türen, Jane? Siehst du den da? Ja, was mit dem? Bruder, ich öffne nicht die Türen, wenn die Leute direkt davor chillen, Jane. Da wollen Leute aussteigen. Jemand hat ja ein Ticket, Bruder. In mir wird immer noch diskutiert, Jane. Ich weiß nicht, welches Ticket... Also, wenn Sie im Abschied B23F genau 45 Minuten 14 Sekunden fahren wollen, brauchen Sie einen mittelmäßig erträglichen schönen Nachmittagsticket für 120 Euro. Digga, aber sag mal, was geht denn Essen ab? Bruder, die haben hier den Lidl auch am Sonntag, ja? Und? Ja, das war's, Bruder. Im Prinzip wie Dortmund Hauptbahnhof, Jane. Nur, dass du, um auf Gleis 21 zu kommen, halbe Weltreise machen musst, ja?